Das Team 4. FC 7 landete beim Medienprofi auf dem fünften Platz. Sie erzielten 44 von 50 möglichen Punkten. Erstmal die Frage, wie ist denn jetzt euer Teamname entstanden? Was steckt dahinter? Keine Ahnung, also. Keine Ahnung, ist aber schlecht. Ja, ich weiß, das müssen Sie ihn fragen. Er weiß das. Achso. Hier? Wer? Keine Ahnung. Viel Langeweile. Viel Langeweile. Auf den vierten Platz beim Medienprofi kam das Team Favoriten 2. Die Schüler der Klasse 9b des Lohner Gymnasiums erreichten 45 von 50 möglichen Punkten. Das Team Magni Hechti aus Vechta erreichte Platz 3. Die Achtklässler des Kollegen schafften beim Internet-Recherchespiel 47 von 50 Punkten. Und was macht ihr jetzt mit 300 Euro? Also wir wollen damit vielleicht so eine Klassenfest- oder eine Klassentagesfahrt finanzieren. Okay, weißt du schon, wo es hingeht? Nö. Das Team ESV der Elisabeth-Schule gewann den zweiten Preis. Die Schülerinnen und Schüler aus Vechta erreichten in der Finalrunde 49 von 50 Punkten. Und der Kreissieger kommt aus Steinfeld. Das Team DOBO 4 der Don Bosco-Schule bekam den ersten Preis. Als Gewinner des Internet-Recherchespiels erhalten die Zehnklässler 800 Euro Preisgeld. Sie setzen sich mit 49,5 von 50 möglichen Punkten in der Finalrunde durch. Prima. Danke schön. Werden der Bahnhof